Stuhlschlange! Stuhlschlange! Stuhlschlange, Stuhlschlange! So ein Sehn, so ein Schmuck! Leo, Leo! Guck mal, guck mal was das Auto macht! Klasse! Wie ist der linkse Fahrer, Javier Rosalie? Auf Erden erwartet es Fieber oder von Gerübe. Natürlich wird es in die Hand eines Drehens so wie ein ausgeprägtes Fingerspitzengewicht. Beide Fahrer natürlich bis zum Ende. Herr Bülken und Güter, ist es die Klasse, Leute? Stuhlschlange, Stuhlschlange! So ein Sehn, so ein Sehn, ein Schmuck! Komm! Schauen Sie bitte hier! Die Schwierigkeit liegt hier! Der linke Fahrer kann in Richtung nicht sehen! Zeit bei Zeit! Ein hermes Vertrauen zu Henri Bülken! Klasse! Rüdi Bülken und Simpel! Die Dach Bülken, Klasse! Super! Der wir jetzt den überträthist Brett hin. Komm! Die Dach! Der wir jetzt ganz unterwegs. Der hier ist wirklich gleich begegnet! Es lohnt sich, nachdem ich Sacken im Verdienung bin. So, Achtung, da werden wir jetzt jedenfalls leicht. Und ich schiefe natürlich langsamer. Es sieht ganz einfach aus, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Er muss ein Fahrzeug in und kann auch jetzt gar keine Fahrzeuge verlassen. Während der Sprung der Rückenbremse das Zeichen nicht einschränkt. Dann kann ich den Gutscheid zurückfahren lassen. Achtung, so sieht er aus sehr, wie der Fahrzeug. Der nächste Fahrer am Start, Javier Roseli. So, es sind noch wenige, wenige Meter verabschiedet. Es ist ein ganzer Mann, der absolut wird. Dann hat er es geschafft. Auf Javier Roseli wird langsam an. Auf Javier, wenn er sich auf jeden Fall in der Rückenbremse verabschiedet hat. Die Spiele der Rückenbremse. So, es ist ein ganzer Mann, der absolut wird. Es ist ein ganzer Mann. So, es ist ein ganzer Mann. So, es ist ein ganzer Mann. So, es ist ein ganzer Mann. Bis zum nächsten Mal.